Dieser Sommer wird anders. Leere Freilichtbühnen. Leere Zuschauerränge. Winnetou reitet nicht. Doch wir lassen Karl Mays Helden nicht ruhen. Karl May & Co. präsentiert Winnetou at Home. Karl May-Stars lesen aus Der Ölprinz. Und ihr könnt dabei freischaffende Schauspieler unterstützen, denen durch die Corona-Krise die Einnahmen wegbrechen. Spendet an die Aktionen Hashtag Kunstnothilfe. Alle Infos dazu unter diesem Video und auf karlmay-magazin.de. Winnetou at Home. Karl May-Stars lesen aus Der Ölprinz. Ab Juni auf YouTube. Mit dabei unter anderem Jean-Marc Birkholz, Nikolas König, Jan Sosniok, Sebastian Kolb, Vanida Karun, Matthias M., Thomas Koziol und viele weitere Schauspieler der Karl May Freilichtbühnen. Winnetou at Home.